Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute das große Thema Shopping-Tour für Werder Bremen. Ja, Transfer-Analyse, Transfer-Vorschläge für Werder Bremen. Und zwar geht es um ein Video, was ich ganz oft zugeschickt bekommen habe. Und zwar dieses hier. Shopping-Tour für Bremen von meinem YouTube-Kollegen Kick-Off oder auch Thiele. Schalke-Fan und auch sehr sympathischer YouTuber, hat hier auf seinem, hat mehrere Kanäle, hat aber hier auf seinem Kanal einen allgemeinen Fußballkanal und hat jetzt ein Video über Werder Bremen gemacht. Das Ganze wollen wir uns jetzt hier mal anschauen. Ist jetzt mal eine Offline-Reaction. Das heißt, ihr müsst natürlich mir eine Sache einfach mal sagen. Gefällt euch das Ganze? Sagt ihr, ey, ist doch ganz cool, wenn du auch einfach mal auf Werder-Videos sozusagen reagierst. Ja, und das Ganze dann aufnimmst, wenn es eben um so Themen wie jetzt in dem Fall geht. Lasst gerne dafür auch mal ein Däumchen da oben da. Macht die 200 Likes voll, wenn euch das Ganze wirklich gefällt. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal rein und gucken, was Thiele dazu sagt. Ich habe ja schon oft mal gesagt, was ich aktuell zur Transferzeit sage. Aber ich bin gespannt, was jetzt auch mal ein anderer Blickwinkel hier sagt. Und schreibt dann auch gerne mal rein, ob diese Kandidaten wirklich was für uns wären oder was eure Meinung ist. Vom SV Werder Bremen. Bremen spielt ja bislang eine klasse Saison und steht auf Platz 9. Das ist als Aufsteiger wirklich klasse, vor allem fußballerisch. Natürlich lassen wir hier auch schon mal erstmal ein Däumchen da oben, da ist ja auch klar. Die Werderane überzeugen, auch wenn von den letzten sieben Pflichtspielen fünf verloren gegangen sind. Deswegen würde ich auch eher nicht Richtung Europa schauen, sondern erstmal den Klassenerhalt fix machen. Aber genau so sieht man es ja an der Weser auch. Dafür kann es auf jeden Fall nicht schaden, auf Shoppingtour im Winter zu gehen, auch wenn natürlich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht so viel zulassen. Also es ist eine Shoppingtour für den Klassenerhalt. Das ist auch schon mal gut zu wissen, dass es jetzt nicht geplant ist für europäische oder sonst was. Hat er auch gerade genau richtig gesagt. Ich glaube, wir Bremer oder was heißt Bremer? Ich bin ja wohl ja näher Köln, Leverkusen, aber wir Werderaner sehen das Ganze auch alle, denke ich mal so. Oder ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben. Als allererstes Ziel geht es hier um den Klassenerhalt, den festmachen. Und danach geht es darum, das ist scheißegal, da zählt jeder Punkt danach mehr, weil jeder Tabellenplatz besser natürlich auch mehr Geld bringen würde, mehr TV-Einnahmen. Das heißt, es geht nicht nur um Europa, sondern es geht einfach wirklich darum, in die Tabelle zu klettern, wenn der Klassenerhalt fix gemacht ist. Aber ja, die Einleitung ist schon mal ganz gut. Shoppingtour bin ich jetzt mal gespannt, ohne finanzielle Mittel, mal gucken. Schauen wir heute erstmal darauf, welche Spieler man verkaufen, abgeben will, welche möglicherweise auch einen Markt haben. Und natürlich aber auch dann, welche neuen Spieler hinzugeholt werden müssen, welche Transfers sind dort realistisch. Und dann schauen wir uns nochmal die fertige Startelf für die Rückrunde an. Also, lasst uns aufschauen. Ich habe gerade verstanden, dass er auch Verkäufe machen möchte. Okay, bin ich sehr gespannt. Shoppingtour gehen für Werder Bremen. Starten wir mit den Abgängen, wo neben Torhüter Dudu vor allem auch Nikolai Rapp ein Kandidat ist. Unter Ole Werner spielt nämlich der 26-Jährige keine große Rolle. Schon in der 2. Liga wurde ja Rapp unter ihm zum Ergänzungsspieler. In der Bundesliga hat sich daran nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Rapp stand nur in sieben Spielen auf dem Platz, immer als Joker und in Summe nur 66 Minuten. Seine Flexibilität macht ihn aber natürlich immer noch interessant. Denn im 3-5-2-System von Werner kann er halt einfach mal sechs Positionen spielen. Auf den drei Innenverteidiger-Positionen, also einige sechs. Also ich finde, tendenziell hat er recht, aber natürlich kann er nicht als linker Innenverteidiger spielen. Das liegt Rapp überhaupt nicht. Mit dem linken Fuß, oh Gott, oh Gott, stell dir das mal vor. Auf eine der zwei Achter-Positionen. Alle anderen hat er recht. Natürlich ist das ein Wert, den du sehr, sehr gerne in der Mannschaft hast. Aber Rapp selber ist natürlich auch einer, der immer Gas gibt. Aber aufgrund der so geringen Spielzeit kann ich mir einen Tapetenwechsel sehr gut vorstellen. Gerüchte gibt es ja schon wie im Sommer um den 1. FC Kaiserslautern. Dort ist man ja auf der Suche nach einem neuen Sechser. Natürlich wäre hier die Frage, wie viel Geld man überhaupt bekommen kann. Aufgrund seines Vertrags bis 2024 wäre möglicherweise auch erstmal nur eine Laie möglich. Ein Abgang generell ist aber auf jeden Fall vorstellbar. Noch weniger auf dem Platz als Rapp. Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt, was er zu Herrn Dinchy sagt. Dinchy habe ich ja auch schon ein paar Mal vorgeschlagen als Laie-Kandidat. Rapp kann man eigentlich kaum was hinzufügen. Es kommt einfach am Ende darauf an, was Rapp selber will. Ob er diese Saison fertig spielen will in der Liga und dann eben eine Entscheidung treffen möchte. Ob es dann in der nächsten Saison in der ersten weitergeht oder er doch dann vielleicht wechselt. Es soll ja auch wohl Angebote aus der ersten Liga geben. Da wäre ich auch sehr gespannt. Aber ja, tendenziell ein Rappabgang, ja. Stand in dieser Saison Ehren Dinchy. Drei Spiele in der Bundesliga, dreimal eingewechselt, insgesamt 49 Minuten Einsatzzeit. Zwar hatte der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler anfangs auch muskuläre Probleme. Sein einziger Startelf-Einsatz war aber im Pokal gegen Paderborn. Und wie es einfach bei so jungen Spielern ist, Spielpraxis ist das Wichtigste und die gibt es bei Werder aktuell einfach nicht. Dinchy hat sicherlich das Potenzial zu helfen, auch weil er offensiv flexibel einsetzbar ist und meiner Meinung nach perfekt in Doppelspitze passt. Seine mittelfristige Zukunft sehe ich aber nicht an der Weser. Zwar hat bei dem Sturm hinter Füllkrug und Duxch eh nicht die Mega-Auswahl. Auch um Füllkrug gab es ja bereits Abgangsgerüchte. Daran glaube ich aber übrigens im Winter nicht. Also darauf gehen wir auch nicht näher ein. Aber auf Dinchy bezogen muss man hier vorne an die Entwicklung von ihm als Fußballer denken. Und da wäre eine Ausleihe die beste Option. Also eine Laie auf jeden Fall würde auf jeden Fall Sinn machen. Das ist ja eh etwas, wo ich auch schon mal gesagt habe, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen bei Dinchy. Vielleicht auch Spieler kommen, weil man ein bisschen Budget zu verfolgen... Was natürlich man ergänzend noch sagen muss, ist auch, dass Dinchy sehr verletzungsanfällig ist und auch in dieser Saison schon zwei, dreimal angeschlagen war, verletzt war. Und über die Regionalliga da ein Stück weit Spielpraxis bekommen hat. Das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen. Und hier würde ich auf jeden Fall einen Perspektivtransfer tätigen. Lukas Ulrich, der Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft, gilt auf der Position des linken Verteidigers als großes Talent. Sein Verein, Hertha BSC, würde auch sehr, sehr gerne mit ihm langfristig verlängern. Der 18-Jährige sieht sich aber wohl nicht in Berlin und ist im Sommer ablösefrei zu haben. Und natürlich wäre man da blöd, sich nicht mit einer solchen Personalie zu beschäftigen. Werder Bremen wurde ja auch bereits als Interessent gehandelt. Neben weiterer Bundesliga-Konkurrenz aus Stuttgart hoffen. So, ja, damit sich zu beschäftigen, ja, klar. Aber da sage ich auch ganz klar, sollte Anthony Jung verlängern, dann ist Lukas Ulrich eigentlich kein Thema bei uns sein. Weil du Jung dann langfristig als Backup-Links-Derteidiger hast und als A-Lösung, die du ranführen musst, ist Buchanan da. Aber da würde meiner Meinung nach, wenn Lukas Ulrich kommen würde, auf jeden Fall einer auf der Strecke bleiben. So oder so, sollte Jung verlängern, wie gesagt. Wenn Jung verlängert, dann eher kein Thema, sollte Jung nicht verlängern. Und man holt Ulrich und hat dann Buchanan und Ulrich, hast du halt zwei Talente da, ist halt auch dann die Frage. Einer davon wird dann ausgebremst. Ich würde eher mit Jung als Backup, also einem erfahrenen als Backup in der Saison, in die nächste Saison vor allen Dingen dann auch reingehen. Und dann Buchanan als Startspieler. Aber ja, ihr könnt ja gerne eure Meinung auch zu jedem Kandidat gerne unten reinschreiben, ist ja klar. ...heim Frankfurt und vor allem Gladbach. Die Borussia war nämlich schon im Sommer an Ulrich dran und scheint wohl auch die besten Chancen zu haben. Dort soll aber Luca Netz, auch ein ehemaliger Ertaner, die Zukunft links hinten gehören. Wodurch ich mir gut vorstellen kann, dass sich Ulrich nochmal anderweitig umschaut. Sprich, wo gibt es für ihn die beste sportliche Perspektive? Und Bremen kann da, finde ich, perfekt passen. Als linker Schienenspieler einer Dreierkette könnte der Ertaner seine Stärken am besten ausspielen. Jung könnte man dann eher auch mal als linken IV einsetzen. Und neben Buchanan hätte Ulrich da noch direkt Chancen auf Spielpraxis. Vielleicht ist ja hier auch schon ein günstiger Winterwechsel drin, um der Konkurrenz auch dann schon zuvor zu kommen. Geben wir Nikolaj Rapp ab, muss man sich mal wieder und erst recht mit der 6er Position beschäftigen. Seitdem ich diese Transferformate wie 5 Transfers für oder die Shopping to mache, schlage ich ja jedes Mal einen neuen 6er für Werder vor. Wie kommt das nur? Wie kommt das nur, dass immer ein 6er vorgeschlagen wird? Da kann der Thiele aber gar nichts für. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung in den Kommentaren. Aber noch nichts. Trotzdem habe ich einen super interessanten Kandidaten gefunden und das ist Sheik Niasse. Christian Groß ist ja aktuell im defensiven Mittelfeld gesetzt, ist aber nicht der schnellste und auch nicht mehr der jüngste. Ilya Gruev hat zuletzt vor allem auf der 8er Position starke Leistungen gezeigt. Rapp wäre ja in unseren Planungen weg. Deswegen kann Niasse endlich mal die ersehnte Lösung auf der 6 sein, mit vorhandener Qualität, aber eben auch noch ordentlich Potenzial zur Steigerung. Der 22-Jährige spielt seit Anfang des Jahres für die Young Boys Bern, nachdem er zuvor in Frankreich bei Lille ausgebildet wurde. Bei den Schweizern ist Niasse größtenteils gesetzt, spielt wirklich auch sehr, sehr viel, hat sich stark in diesem einen Jahr entwickelt und kann auch als Innenverteidiger aushelfen. Zudem bringt er das Gesamtpaket mit. Ein gutes Tempo, eine super Technik und vor allem eine starke Physis, wodurch er im Zweikampfverhalten auch oftmals der Sieger ist. Natürlich wäre ein Niasse-Transfer nicht günstig. Wir sehen, Marktwert beträgt 200 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch lange bis 2026, aber das Geld wäre langfristig angelehnt und man verstärkt sich hier nochmal enorm. Wie schon angerissen wird es... Das Problem ist, was er da gerade auch gesagt hat, Niasse, das kann ja auch sehr gut sein, dass es ein interessantes Spielerprofil ist, flexibel einsetzbar und auf der 6 hört es sowieso gut an. Temporeich auch gut und körperlich sah der jetzt auch nicht so schlecht aus, sage ich mal. Dennoch muss man ja sagen, zweieinhalb Millionen als Wert und dann langjährigen Vertrag noch, glaube ich persönlich nicht, dass Werder den holen kann. Einfach das ist das Problem. Also per fixen Kauf und warum sollte Young Boys Bern 22-jährigen Stammspieler, so wie ich es gerade verstanden habe, verleihen? Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen, interessanter Mann, aber ich glaube, das Werder einfach dafür auch nicht die Kohle hat. Im Winter sowieso gar nicht. Also im Winter nie im Leben, sage ich. Vor allem jetzt auch noch, wo Salifu mit wieder am Start ist, Bon wieder mit am Start ist. Selbst wenn auch ein Rappo geht, glaube ich nicht, dass wir auf der 6 was machen werden. Aber interessanter Mann auf jeden Fall. Im Sturm hinter Füllgrut und Duksch dünn, wenn natürlich auch Füllgrut an Bord bleibt, wovon wir hier aber ausgehen. Oliver Berg ist ja meistens der, der dann eingewechselt wird, nochmal deutlich mehr Tempo auch reinbringt. Geht man hier also Dingchi per Laie ab, würde ich auch nochmal nachlegen und auch nochmal die Qualität mit Maximilian Philipp erhöhen. Der 28er hat in der Bundesliga schon für Freiburg und Dortmund gespielt. Seit 2021 steht Philipp beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler spielt aber unter Niko Kovac gar keine Rolle mehr und stand nur dreimal in der Bundesliga auf dem Platz. Deswegen ist Wolfsburg auch bereit, den flexiblen Offensivspieler abzugeben. Entweder er oder Waldschmidt sollen beim VfL wohl Platz machen. Während es bei Waldschmidt vor allem Interesse von Hoffenheim und Union Berlin gibt, ist laut dem Kicker niemand an Maximilian Philipp dran. Und genau das kann natürlich Werder Schonk sein. Erstmal per Laie, ohne großes Risiko, günstig und mit möglicherweise einer niedrigen Kaufoption. Das ist original das, was ich auch gesagt habe, schon mehrmals über Philipp. Ich finde, Philipp ist ein Paradebeispiel dafür. Ihr erinnert euch, ich glaube vor zwei oder drei Monaten habe ich nach dem Kurse-Video gesagt, Philipp wird auf der Abgangsliste stehen. So war es dann auch. Kovac hat es danach, kurz Zeit später auch bekannt gegeben. Und habe damals da schon gesagt gehabt, wenn du die Chance hast, einen Philipp zu leihen, günstig zu leihen im Winter mit einer niedrigen Kaufoption, musst du das eigentlich nicht machen. Weil offensiv sind wir einfach zu dünn besetzt, da hat er auch vollkommen recht. Auch unabhängig mit Dinchy jetzt, wir sind offensiv einfach zu dünn besetzt. Und qualitativ könnten wir sowas sehr gut gebrauchen. Und von daher bin ich hier hundertprozentig bei Thiele. Also ihn leihen mit einer Kaufoption wäre eine super Variante. Kann man da auch wenig falsch machen. Mit Philipp wäre man offensiv nochmal unausrechenbarer. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Blicken wir deswegen auch nun nochmal auf die mögliche Aufschlung dann in der Rückrunde bei Werder Bremen. Wir haben im Tor natürlich bei Vlenka als Nummer 1 und Zetter als Nummer 2. Viel mehr muss ich ja da auch nicht zu sagen. In der Dreierkette der Abwehr ist sicherlich Marco Friedl als Kapitän, als linker Part ganz klar gesetzt. Auch Amos Pieper zeigt meiner Meinung nach richtig starke Leistungen, ist hier gesetzt. Und dann haben wir auch noch Stark und Veljkovic, wo aber finde ich die letzten Wochen auch Niklas Stark einen etwas besseren Eindruck gemacht hat. Aber hier soll es auch gar nicht zwingend darum gehen, eine erste Hälfte zu zeigen, sondern eher die Kaderbreite darzustellen. Bevor jetzt einige von euch Bremer meinen, der und der müsste eher in die Startelf, eher da und da. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass es hier auch wirklich darum geht, zu zeigen, wie da eine Doppelbesetzung aussehen könnte. Auch im Falle von Verletzungen und so weiter, Werder wie spielen könnte. Natürlich könnten auch andere in der Startelf sein, aber das ist ja nur eine Variante von Thiele. Also finde ich vollkommen okay. Es ist nur eine Veranschaulichung der Kaderbreite, die dann vor allem nochmal deutlich besser wäre. Wir haben natürlich auch dort noch mit Kiarodia ein großes Talent. Und eben mit Anthony Jung dann eher in der Innenverteidigung, weil wir auf links Buchanan, denen ich auch durchaus den Sprung in die Startelf zutraue, und Ulrich haben, die dann beide nochmal deutlich offensiver ausgerichtet wären als Jung. Und ich glaube, das würde Bremen's Spiel auch durchaus... Da ist aber halt das Problem, dass links hat er jetzt Buchanan und Ulrich als Variante geschrieben und Werder sieht da halt absolut Jung. Das heißt, wahrscheinlich würde Jung spielen, Buchanan dahinter und dahinter Ulrich. Also wenn es zu einem Winter tranziert wird. Ulrich ist sowieso eher jemand, der erst im Sommer geht, aber das ist das, was ich gerade eben schon mal meinte. Ja, und Niasse, ja, gut tun. Denn man darf ja nicht vergessen, die drei Innenverteidiger bleiben auch oft mal zinten. Die zwei Schienenspieler schieben beide sehr weit hoch, wodurch die Position des Sechsers unglaublich wichtig ist. Und da hätte man eben auch mit Niasse vor Groß nochmal einen Ticken mehr Qualität, um das auch einfach richtig gut umsetzen zu können. Also nochmal, um das klar zu machen, dass Niasse wahrscheinlich eine höhere Qualität hat als Groß, das glaube ich auch. Oder da würde ich Thiele auch zutrauen, dass er da einfach einen guten Spieler gleich mal gescoutet hat. Dennoch ist das einfach, glaube ich, nicht machbar, dass wir im Winter jetzt einen Spieler kaufen auf der Sechs mit zweieinhalb Millionen Marktwert. Das heißt, im Winter, wenn du im Winter jemanden holen willst, musst du meistens sowieso über Marktwert gehen. Weil die Leute natürlich auch sagen, ey, wir müssen ja dann auch wieder einen Ersatz holen. So, und warum sollten die den dann ziehen lassen? Also da wirst du wahrscheinlich drei Millionen oder so zahlen müssen. Die haben wir einfach nicht, das ist das Problem. Und deswegen, glaube ich, ist das mit ihm zumindest leider auch kein Thema. Und man sieht ja dann auch darüber auch schon diese Doppelbesetzungen. Ruev, der kann auch auf der Sechs spielen. Bom kann auch auf der Sechs spielen. Dann hast du noch Romano Schmid, Niklas Schmidt, Stay, Bittencourt. Auf der rechten Seite ist ja Mitchell Weiser gesetzt. Über Felix Agu haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Auch er ist natürlich ein Abgangskandidat in der Theorie. Es gab wohl auch schon Interesse von Düsseldorf. Aber er fällt halt aktuell noch aus. Wie man hört, bis Anfang, Mitte Januar. Da ist halt die Frage, ob sich ein neuer Verein findet. Weil man natürlich auch froh ist, hinter Weiser rein nominell noch ein Backup zu haben. Interessant wird es dann auch für Doppel-Acht, wo sicherlich Leonardo Bittencourt die besten Chancen hat. Ilya Gruev hat es aber, wie gesagt, auf der Positionsletzt auch richtig stark gemacht. Ich finde, für mich persönlich hat Gruev mit am besten überzeugt in der Saison. So ein junger Kerl, in seinem ersten Einsatz in der Saison hat er wirklich nicht gut performt. Da habe ich auch noch gesagt, er hat Chancen nicht genutzt. Und dann kam er immer besser und immer stärker rein. Egal, ob 6-, 8er, Innenverteidiger, wo er auch mal hin musste. Er hat das so souverän gemacht. Gruev ist für mich jemand, der gesetzt ist in der Startelf. Also egal, wie du drumherum baust, aber Gruev muss in die Startelf. Für mich ganz klar. Ist natürlich aber auch nah dran. Mit Stay muss man mal gucken, wie er sich entwickelt. Niklas Schmidt kannst du immer reinschmeißen. Und ein Bomb ist ja auch zumindest so langsam wieder fit. Und ich denke mal, darüber freuen sich auch alle. Auch er wäre ja theoretisch noch eine Alternative für die rechte Seite. Doppelspitze blieb dann eben bei Dux und Füllkrug. Natürlich ist es möglich, dass Füllkrug auch geht, wenn ein unmoralisches Angebot kommt. Daran glaube ich persönlich im Winter aber nicht. Und dahinter haben wir dann mit Berg einen temporeichen Stürmer. Und mit Philipp einen technisch sehr, sehr starken Stürmer. Wodurch man da wirklich auch richtig, richtig gut aufgestellt wäre. Kommen wir zum Fazit unserer Shopping-Tour für Werder. Bremen steht gut da. Trotzdem ist man noch lange nicht fix raus aus dem Abstiegskampf. Mit meinen Transfers würde man die Qualität im Kader aber nochmal erhöhen. Und würde wahrscheinlich auch dann souverän die Klasse halten können. Und dann kann man ja auch mal sehen, was diese Saison noch so drin ist. Auf welchem Tabellenplatz man diese dann auch beenden kann. Und jetzt seid zu guter Letztung auch ihr gefragt. Welche Transfers würdet ihr tätigen? Wie steht ihr zu meiner Meinung, was ich hier so für Werder geplant habe? Und schreibt mal gerne weitere Vereine in die Kommentare für dieses Format mit der Shopping-Tour für das Wintertransfer-Fenster. Also ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, finde ich ein cooles Format von Thiele. Habe hier auch schon Deutsch nach oben gegeben. Könnt ihr auf jeden Fall auch gerne machen. Ich werde euch das Video natürlich auch unten verlinken, ist ja klar. Das sollte man auch immer machen, wenn man auch vor allen Dingen auf andere da reagiert oder sowas halt. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Philipp, bin ich voll bei ihm. Die Abgänge kann durchaus passieren. Ulrich sehe ich als unwahrscheinlich an, weil ich einfach sage, Jung wird wahrscheinlich verlängern. Und dann dahinter Bill Cannon. Wenn Jung nicht verlängert, dann Ulrich vielleicht, aber auch eher im Sommer. Und dann ist auch wieder die Frage, wäre das ein Battle zwischen Ulrich und Bill Cannon? Ist das so die richtige Variante? Schwierig. Niasse sage ich auf keinen Fall, weil wir das Geld nicht haben. Qualitativ gebe ich ihm aber auch recht. Es wäre natürlich ein qualitativer Sprung, aber finanziell einfach nicht machbar für uns. Und Philipp, bin ich voll bei Thiele. Ist auch etwas, den ich ja auch schon ein paar Mal vorgeschlagen habe. Also ja, als Fazit kann man das glaube ich am Ende so stehen lassen. Was ich persönlich glaube ist, dass wir, wenn es keinen größeren Abgang noch geben wird, wird man wahrscheinlich im Winter niemanden holen, glaube ich, Stand jetzt. Es gibt natürlich immer noch Überraschungen und Varianten, wo ich mir durchaus vorstellen kann, den und den könnte man holen. Aber wenn, dann auch eher für die Offensive. Ich glaube, dass man eher dann jemanden holt für die Offensive. Heißt, ja, Zehner- oder Stürmerposition. Da haben mit Sicherheit die ersten Leute von euch dreht ein, zwei Namen im Kopf. Und eher in so eine Richtung würde es, wenn dann gehen. Aber ja, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass eventuell ein Rappo gehen könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eventuell ein Aru im Januar auch nochmal gehen könnte. Und den Schieperleihe abzugeben wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil der Junge braucht Spielpraxis. Und dann kann er gestärkt zu uns zurückkommen. Aber auch nur, wenn man jemanden anderen dafür holt. Das steht auch mal ganz klar fest. Und jemand, der nicht verletzungsanfällig ist, ja, oder sich eben damit viele Bleie-Polus-Krauboptionen verstärkt. Eure Meinung zu den ganzen Kandidaten jetzt mal unten rein. Schreibt mir gerne rein, wie euch das gefallen hat. Auch einfach mal auf sowas zu reacten. Ich habe extra jetzt auch immer Thiele da relativ viel einfach auch reden lassen. Weil ich da eben auch zuhören wollte. Und dann eben meine Meinung dazu sagen wollte. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin raus an der Stelle. Euer Nico und ciao.